Deutsche Welle, Kalenderblatt 24. September 1991. Spionagechef Markus Wolf stellt sich. Es war fast wie ein Krimi. Der erfolgreichste Spionagechef Europas Markus Wolf flieht in einer Nacht- und Nebelaktion aus der noch existierenden DDR ins Ausland, wenige Tage vor den offiziellen Feierlichkeiten der Wiedervereinigung. Seine Frau Andrea erinnert sich in einem Fernsehinterview an diese unruhigen Stunden und Tage. Wir wussten, dass am 3. Oktober also die Verhaftung stattfinden sollte. Und die Anwälte haben uns das empfohlen. Sie waren bei uns in der Wohnung und wir sprachen darüber. Alle waren der Meinung, erst mal weg. Also am 27. September sind wir dann mit unserem Auto und mit unseren Papieren losgefahren von Berlin übers Erzgebirge in die Tschechoslowakei und von da aus nach Österreich. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hatte gegen Wolf einen Haftbefehl wegen Landesverrat erwirkt. Er, der schon längst nicht mehr im Staatsdienst war, sich inzwischen als Schriftsteller einen Namen gemacht hatte, der kritisch der DDR-Führung gegenüberstand, der sich selbst kritisch mit seiner eigenen Tätigkeit im Ministerium für Staatssicherheit auseinandersetzte, er war mittlerweile fast zu einem Dissidenten mutiert. Für die Nachrichtendienste in Ost und West war Wolf gleichermaßen interessant. Markus Wolf über seine Flucht. Zur Sicherheit ist also der Sohn mit Andrea, mit meinem Volvo, als Erste über die Grenze gefahren. Und wie das gut ging, dann bin ich mit dem Lada, mit dem Schwiegervater, Schwiegermutter sind wir dann gefolgt. Ich hatte natürlich dafür gesorgt, dass Dinge, die mich oder andere belasten konnten, nicht mehr da waren. Aber es ist natürlich schwierig, bei der Menge von Unterlagen und Material einzuschätzen, was könnte vielleicht doch von Interesse für die Untersuchungsbehörden. Wolf lässt sich einen Bart wachsen und narrt so die österreichischen Behörden. Vier Wochen später ruft er eine geheime Nummer in Moskau an. Das Ehepaar wird von einem Auto des KGB des sowjetischen Geheimdienstes abgeholt und nach Moskau ausgeflogen. So kehrt der ehemalige Spionagechef in seiner höchsten Gefahr an den Ort zurück, wo er einst seine Wurzeln hatte. Nach einem Jahr Asyl verlässt das Ehepaar Wolf Moskau und reist wieder nach Österreich. Am 24. September 1991 stellt sich Markus Wolf den deutschen Behörden. Die DDR, aus der Wolf geflohen ist, existiert nicht mehr. Der Generalbundesanwalt lässt Wolf verhaften. Mit zwei gepanzerten Limousinen geht die Fahrt nach Karlsruhe und dort bleibt Wolf lediglich sieben Tage in Haft. Im Mai 1993 wird ihm in Düsseldorf der Prozess gemacht. Er wird wegen Landesverrats in Tateinheit mit Bestechung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wird unter Auflagen ausgesetzt. Während des Verfahrens im Düsseldorfer Oberlandesgericht zeigt sich das Ausmaß des Spitzelapparates namens Stasi. Parteisoldaten, Abenteurer, Gesinnungstäter, Idealisten, Bundestagsabgeordnete, Romäus, Julias. Wolfs Leute spionierten überall, in den Ministerien, in Behörden, bei Politikern. Prominentestes Opfer, Willy Brandt. Brandt galt als Wegbereiter und Architekt der Ostverträge, vertrat gegen die CDU-Opposition die Devise Wandel durch Annäherung und scheiterte. Er stürzte über Wolfs Maulwurf, Günter Guillaume. Wolf im Rückblick. Ich habe es als politischen Auftrag der Parteiführung gesehen. Und darüber wird nicht diskutiert. Wenn man heute sagt, ja, aber wie kann man also freiwillig in einen Teil des Unterdrückungsapparates hineingehen? So wie es heute ja gesehen wird vielfach. Für mich war das damals nicht ein Teil des Unterdrückungsapparates. Das war ein Kundschafterauftrag, etwas, was ich früher aus Filmen und aus der Sowjetunion als etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen Romantisches und Wichtiges und Ehrenvolles sah. Wolf galt und gilt bis heute als schillernde Persönlichkeit. Der Sohn eines jüdischen Arztes wuchs großbürgerlich, aber im kommunistischen Glauben auf. Ausgebildet in Moskau berichtete er als Journalist über den Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Dann übernahm er mit 29 Jahren als jüngster General der DDR den Geheimdienst. Er machte steile Karriere, bekommt Orden über Orden. Er war Europas erfolgreichster Spionagechef, um den sich Legenden rankten. Der SPD-Politiker Egon Bahr, maßgeblich an den Ostverträgen beteiligt, kann seine Bewunderung für den hochintelligenten Wolf nicht verhehlen. Mensch, wir wären natürlich glücklich gewesen, wenn wir einen solchen Chef mit Sessenfähigkeiten an unserer Seite gehabt hätten, der für uns arbeitet.